In einer Minute zu deiner Weihnachtskarte. Schalten wir eine Weihnachtskarte, die ihr vor Weihnachten jemandem schenken könnt. Als erstes erstellen wir auf einem weißen Blatt ein Dreieck mit einem Stern. Zwischen den Sternen und der Unterkante machen wir 1 cm eine Linie. Geschafft brauchen wir unseren Cutter und schneiden dazwischen ein. Vorsichtig rausbrechen und auf einen Karton kleben. Achtung, der 3D-Effekt sollte erhalten bleiben. In den Umschlag rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017